Nein! Nix da. What the fuck? Servus Leute und willkommen zu einem Battle. Aha. Vom Brawlhalla. Aha. Gegen Force, Bardock und Hedy. Aha. Ein Let's Fert. Die anderen drei haben schon geübt. Was ist denn das für ein Teil? Ich hab noch nicht geübt. Mein erster Einblick. Ich sehe ziemlich seltsame Figuren. Captain Hook. Geil. Jack Sparrow ist das. Oder ne, wie hieß der Mad Jack? Der mitknackte Pirat. Genau. Was haben wir denn so alles? Ich hab nicht sonderlich viel Auswahl. Ich nehm Tiki. Achso, ich kann Waffen nehmen. Asuri. Gut, dann stopp nochmal. Haha, ich werd verlieren. Egal. Also Force und Hedy haben die, ähm, wie heißen jetzt, die Valkyrenweiber. Weiber. Warte. Nein! Weiß ich nicht mehr treffen. Verpiss dich. Nix da. Lass du Wulf doch mal testen, na. So. Ich teste euch zu Tode. Naja. Oh, nice. Kann man auch irgendwie Special Moves? Ups, Entschuldigung. Ja, wenn du Waffen hast. Ja, geil. Die findest du, die kriegst du in diesen komischen glühenden Dingern. Also wo aussehen wie so glühende Schwerter. Welche glühende, achso, nicht die glühenden Geister da, oder? Hm? Da unten, da wo ich grad stehe, hier. Bei den Dingern. Achso, diese Laserschwerter. Ja. Ja. Moment, verpiss dich mal. Einfach über den Angriffstasten. Ah, ich hab ein Messer. Ich hab einen mega langen Zahnstoffer. Und ich kann geile Moves. Naja. Ich weiß noch nicht, wer wer ist, aber ich nehm an, dass der Goldene da Bardock ist. So. Nein! Hau ab! Und der Force wurde gepferzt. Ja, vor dir. Natürlich. Hey, der schmeisst Äxte. Au. So, weggepferzt. Oh nein. Weggepferzt. Nein! Ciao. Ich bin tot. Scheiße. Bin ich denn? Ah, da bin ich. Nein, warum springe ich da rein? Du kannst auch blocken und schmeißen, ne? Auf R2 ist blocken, und auf R1 oder so ist Sachen schmeißen. Oh, Wolverine! Ciao Force. Was? Ist er schon wieder tot? Ich weiß nicht, Chris. Weiß du das? Komm her, jetzt gibt's Wolverine-Action. Nein! Hab ich dich grad getötet, oder war es Selbstmord? Was? Das war ein ungewollter Selbstmord. Ey! Das kriegst du zurück, weißt du das? Was? Oh! Ah! Nein! Ciao! Ah nix da! Ja, als ob! Als ob! Der lebt immer noch. Haha, du vergisst, ich spiele auch Killer Instinct und Toho. Ha, nein. So. Ciao. Was, der lebt noch? Der lebt noch. Ciao. So viel zu, du hast Skill, ne? Hab ich ja auch. Wer wurde von mir gepferzt? Wie ist das der Skill? Okay, besser. Und der Heddy mal wieder oben und durchsacht. Könntest du mit einem Zahnstocher von mir abhauen? So. Tschüss, Heddy. Er schießt Speere. Was ist das der Raubt? Was? Mach ich das? Geil. Trägt dich gut für die spezielle Waffen. Wenn du das Horn in die Finger hast. Wow. Jetzt wird gepferzt. Ah. Nein. Oh, ganz knapp. Hab ich's nicht geschafft. Hey. Das ist sehr toll, wenn sich der Controller abschaltet. Einfach so. Was ist das? Wolverine. Habe ich noch andere Waffen außer Wolverine Techniken? Nein. Nein. Also zumindest noch nicht. Das ist nur Schwert. Alter. Nein. Nein. Kannst du abhauen von mir? Aber ich mag Katzen. Katzen mag aber nicht dich. Hau ab von mir mit deinem scheiß Stängel da. Ja. Das ist ne Sense. So. Gepferzt. Du kannst ausweichen und Sachen schmeißen. Gepferzt. Ja gut, das war doof. Ja, aber wie schmeißt man die Sachen? R1. Ciao. R1. Und blocken ist das… Bei einem Xbox Controller ist das RB. Ach ja, B heißt das. Ah, da bin ich. Ich kann Bomben hauen. Ähm, Bomben hast du vom Boden aufheben und werfen. Du musst rote Minen aufheben. Kappa. Genau, rote Minen. Oh, ich spring voll rein. Hau ab, das ist meins. Ihr seid ja total über so. Alter, der ist einfach… Der ist einfach. Der ist einfach… Der ist einfach… Ah. War ich das jetzt so… Ja. Geil, ich hab dich getötet. Nein! Wow. Geil. Ich werde voll weggepferzt. Wow! Wie kannst du immer noch leben? Ich bin... Wow! Endlich mal! Ich bin... Du weißt ja, Katze hat neu ein Leben. Nimm's! Ja, geil, Messer. Aber die Wolverine-Clowns sind schon galt. Ja, verdammt schnell. Nein! Du mit deiner Kack-Axt da. So. Der lebt noch! Du Lacker. Nee, du bist tot. Boah, ich hasse langsam diesen Konzert. Nimm's! Nimm's da! Je visse mon, je pennexies! Oh! So schnell nicht, Freundchen! Au! Kriegst du alle Sau! Was weiß ich, ich habe kein Leben mehr. Uff! Wow, der hat gesessen. Oh, der hat gesessen, ey. Der hat so übel gesessen. Schon wieder das Messer. Ich tue das. Ich tue das. Nimm das nicht. Ah! Und, und? Ich habe ihn getötet. Der ist eine hellige Pferde. So schnell nicht! Hm? Ist so ein falsches Stück, weißt du das? Riff ist echt ein guter Gegner gerade. Na, komm doch! Na? Du bist ein feiges Stück! Bin ich feige? Oh, voll! Okay. Ja! So! Ich habe dir gerne öfter einen rein. Uff! Der war... Der hat gesessen. Alter, das war auch geil eben. Kann da auch, heul mich! Bup, bup, bup! Au! Nicht mich erschrecken! Deswegen könnte man denken, echt, das sind so die Strecke von den Galliern, ey. Ich glaube, keiner glaubt, dass ich das Spiel hier zum ersten Mal zocker. Ah! Du! Alter, das wird... Alter! Alter! Ja! Nein! Hehe! Au! Hehe! Das war ein bisschen zu weit! Hehe! Das war ganz schön lange gebraucht, um mich Platz zu machen. Das stimmt. Aber irre gut! Nein, das stimmt. Vielleicht könnte denn jemand schon mal, den gespielt hat, Beat'em Ups. Darin halt, also relativ gut ist. Naja, so viele Beat'em Ups habe ich noch nicht gespielt, nur... Die Toho Beat'em Ups, Maze, The Dark Age, Killer Instinct, ähm... Super, Street Fighter. Halt kommt Tekken 7 raus. Und das war's auch, glaube ich, schon. Das muss ich mir kaufen. Das muss ich spielen. Ja! Was hab ich denn da jetzt? Ich hab' nen Schokoblog bekommen. Aber dann kannst du halt die Farbe einstellen, Wolf. Aha! Von wem, vom Teatly? Äh, von der Asuri da, den Tiger, den du jetzt eben gespielt hattest. Das ist eine Sie? Mhm. Jep. Egal. Ist es halt eine Sie. Ist nur Clown und Schwert. Keine Ahnung, wofür die Geister gut sein sollen. Seid ihr auch da, oder? Jaja. Aber hätte ich glaube ich nicht mehr. Ja, ich warte hier. Ach so. Ach so, man kann Stages wählen. Was hat denn Bardock da für eine Olle? Eine wunderschöne weiße Hammerschwingerin. So, und gleich gepferzt. Was zum Geier hast du da? Das ist eine Raketenlatze. Ja. Ja, will nicht. Ja, mach die mal. Und da wurde der gleich von mir gepferzt. Ja, nehmen das nicht Bardock. Oh, hast du deine Lanze verloren? Alter. Ja. Oh, ich habe kurz auf Mimandern geachtet. Ah! Nö, du nicht. Nein! Weggefetzt. Oh, ich habe mich... Na gut. Messer. Ach, wo habe ich es denn jetzt hingeguckt? Ach, wo habe ich es denn jetzt hingeguckt? Ja. Nein! Ich hätte warten sollen! Wolverine-Klaue! Verdammt! Ich habe mir da nichts zu hängen gemacht. Ja, geil! Du mit deiner... Von meiner Stachelbüte getroffen, geil! Du bist so feige, weisst du das? Du bist so feige, weisst du das? Da hast du! Nein! Süß dich! Oh, was für mich? Danke! Tschau! Tschüss! Komm nur her! Runden! Kann man mich jetzt angreifen, weil ich kein Waffe habe? So! So! Boah! Mich hat es voll weggewämpft! Wow! Ich glaube, auf der Stage bin ich nicht so toll! So! Man kann durch oben und unten verschiedene Techniken machen! Hau ab von mir! Ja! Natürlich springt genau in die Bombe rein! Ah! What the fuck? Nein, du kannst doch nicht in die Bombe rein! Lol, ich lebe noch! So! Verpiss dich! Ha! So, jetzt lebst du nicht mehr! So, jetzt lebst du nicht mehr! UF, das Stück! Verpiss dich! Ha! 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 Look start! Ich hätte es fast geschafft! OK, auf demneим bin ich nicht so super. Aaaah! Achtet gleich lachst du nicht mehr Ich bin so stärker, lieber Da, geil, da Au Oh, das war nice Wie schießt man die Teile? So nicht Alter So war das Das mach ich dir alle Nein, da hat meine Echsen klaut So Lass mich in Ruhe, ich bin unschuldig Achso, ich hab Ich hab auf'm falschen geguckt Ich dachte kurz ich wär Hedy Das lässt du mal bleiben, Jen Ah, Wolverine-Clown Lass den Stackelball fallen Fika Nein Geil Lass den Stackelball fallen Okay Ja geil, natürlich steh ich genau in der Mitte Shit Arsch-Eige Nein Aha Ja Danke Warum treff ich mich? Ich war's beim Freitod Lass mich in Ruhe Ja, ich kann keinmal mehr springen Ich glaub die Map ist nix für mich Ich glaub die Map ist nix für mich Könntest du aufhören mit deiner Das dachte er, siehst du Ahhhh Ah, Kranos gerettet Natürlich erwischt's mich Ciao Nein Dein Herz ist voll unfair Ich werd so oft ohne Waffe getötet Das ist so dumm Danke Nein Dein Herz war wirklich Ich brauch ne Waffe Ah, Wurzeln Dann will ich ein Hedy treffen Triff dich Warum erwischt's mich? Nein Da schiebt er mir im Speer in den Arsch Nein Nix daran, tschüss Ich bin wieder da, Baby Oh Jetzt nicht mehr Aber damit hast du nicht gerechnet Oh Hedy Alter, da kann man echt ein Killer werden jetzt hier Ah, nein Wow, was ist denn? Ihr habt ja auch alles Ihr habt ja auch alles längere Waffen an sich new ne, 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 ne joh uheh Om das an zuhe Alter ey! Das ist ja krass und fucking scheiße! Da merkt man gleich, dass Badum nur mit den dicken Dingern umgehen kann. Oh! Geht's ja echt? Würde ich gerne, aber der haut die ganze Zeit ab. Tschüss! Nicht! Ah! Das ist gar nicht, klar. Er ist gestorben. Ah, jetzt hat er seine Scheiße da! Ich fack. Was ist los, du kleiner Held? Ich fährt ihn auch voll so richtig hoch. Wir leben! Wolfgang, du, was hätt ich schon gemacht hab in Sachen Punkttechnik? Er hat die geilsten Dinger getrunken. Ja, aber jetzt hat die Olle wieder ihre... ihren Mega-Dildo. Mega-Dildo, gut! Ist doch! Guck es dir an! Ich mein, bisschen spitz, um in den Arsch geschoben zu werden, aber trotzdem. Ich weiß nicht, dass die Olle wieder dominiert ist, kann ich was. Er ist auch eine Domina. Ich bin total feige grad. 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 Der 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 erneigte, ist nicht so. Ich bin total feige grad. Der ist halt so feige gerade. Das heißt ich, ich versuche ihn ja die ganze Zeit zu erwischen, aber der rennt ja nur weg. Du, du wartest die ganze Zeit auf deine Rakete. Von wegen, ich gehe ihm die ganze Zeit hinterher. Ja, genau. Loll. Ja, du gehst der Bombe hinterher. Der hat mich gerade getreten, die Bombe hat er daneben geworfen. Okay, das war's. Er hat die Rakete. Er spremt sich selber. Ah, nein! Da landet er zwei geile Sachen. Er hat zwei geile Zufraschmann, nein. Ah! 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 Das ist ein Fickler. das war knapp Alter Hä, die schafften wir mal jetzt LJ, mit dir ist das immer so ne Tortur. Ja, was denn? Hier muss doch geklotzt werden. Hier muss doch richtig gepferzt werden. Oh, ich kann mir bald neun Helden leisten, sind noch ca. 90 Gold. Ich hab, glaub ich, ne neue Waffe. Wohl. Glaub ich. Waffen kann man nur mit Echtgeld kaufen. Jeder Charakter hat andere Waffen. Mit nur noch der Wulle Wulle Waffe. Ach so. Mhm. Das ist gemeint. Genau. Du kannst höchstens die Waffen, die ein jeweiliger Held hat, verändern mit Skills. Ja, ich hab jetzt mehr Stärke. Das erinnert mich an Toho. An... Oh Gott, wie heißt das jetzt? Hosu Tenkotu, was weiß ich, wie er es heißt. An die Knobbel Stage. Nein, an... Äh... Ach, wie heißt dieser verfickte Wald jetzt? Von... Dieser Kirschblütenbaum... Wald der 1000 Knobbel. Nein! Der Kir... Der Kirschblütenbaum von Yuyuko. Oh... Oh... Ach ja, den! Den kenn ich. Mhm... Ich wette, ich weiss nicht mal, wer Yuyuko ist. Doch, das ist die grauhaarigen. Nein! Das ist Yomu. Das ist die mit den Titten. Haha, nein. Oh, jetzt wird zu viel Ficke los hier. Wer war das? Autsch. Meine Force ist wieder weggetrüffelt, ey. Nicht so leicht. Ich wirst du nicht so leicht los wie Force. Der arme Force hier. Nein. Nichts da. Ich weh mich. Wieso hab ich mir gedacht, dass du in die Mine geht? Ich seh das geil. Er geht da oben rein in die Mine. So. Nein. Könntest du mich mit dein... Arschstängel da in Ruhe lassen? Nein. Nix da. Der Heddy. Hallo. Du Lanzen, Heini. Das ist alles. Ich muss den Blauling da mal anbrechen. Ich weiss immer noch nicht genau, wer wer ist. Ich weiss nur, dass der blaue Heddy ist. Oh. Nein, ich hätt's fast geschafft. Ich glaube, der Name ist auch vorbei. Fast hätte ich mich retten können. Ich will doch nur die Waffe haben. Verpisst euch. Messer, super. Möchte sein, bevorzuge ich die Wolverine klauen. Hä? Du schaffst dich mal, Wulf. Nee, ich bin noch da. So leicht nicht. So leicht nicht. So leicht nicht. Tschüss. Nein. Was ist das denn überhaupt? Na geil, jetzt hab ich's. Scheiße. Lass mich in Ruhe, ich will ne Waffe haben. Das ist meins. Meine Bombe ist runtergefallen. Schon wieder ist es ekelhaft durchschwert. Okay. Da wird einer weggefetzt. Nein, Bom Bom. Oh. Oh. Das war die Kombi des Jahrhunderts. Vorweg gepferzt. Den Wohl. Ich will meine Waffe. Loin. Ja, Wolverine, Clown. Genau. Ja, geil, dass sich genau reinspringt. Gut, ne? Ich bin schon wieder das Schlechteste. Ja, klar. Dann will ich hier den Hedge jetzt haben. Ja. Gar nicht. So, von wegen Dominating. Doch, ich leb noch. Feiges Stück. Alter. Ja. Komm nur her. Wow. Meine Waffen sind weg. Ciao. Schau. Wo bin ich? Ah, da. Das Messer mag ich nicht. Ja, natürlich die Bombe auf mich. Verpiss dich weg von meinem Wolverine-Clown. Ja. Ja. Hm, knapp. Hätte ich mich in der andere Richtung gelenkt, hätte ich mich retten können. Mit meiner Todes-Sense mache ich alles zerschnippelt. Ey, schon wieder ist das dreckige Messer. Hey. Wollte ich hier nicht so über meine kleine Schnecke hier. Hä? Welche Schnecke? Ah, okay. Hast du wieder deine... Hast du wieder deine fünf Minuten, wo du jedes weibliche Wesen nehmen willst? Das Weib hat dich gerade schon mehr als zweimal dominiert. Wie kann ich das Horn nehmen? Warum kann ich das Horn nicht nehmen? Weil du ne Wasser hattest. Weg von meinem Horn! Der hat meine Axt geklaut! Du unfaire Sau! Ich kämpfe hier mit großen Fäusten und du... Nein! Haha! Shut down! Mein Horn! Keiner bekommt mein Horn! Keiner bekommt mein Horn! Ah! Nein! Nein! Ich bin tot! Ach da, ich war links. Ich dachte, ich wäre rechts gewesen. Euloi, Wulf ist schon tot. Schon sagt er! Wenn mir einer eine Bombe mitten ins Gesicht schmeißt. Ja, wir machen so. Fick dich! Ey, das war nicht ich, das war heavy! Nein! Ich schmeiße doch nichts! Ja, du klopfst jetzt alle raus! Eulie! Neul! Eulie! Hey, wir haben das noch getroffen. What the fuck! Eulie! Alter! Alter! Eulie! Alter, das war auch geil Au! Alter! Jetzt geht die Leia wieder los Dauerhafte Abhau Das ist ganz interessant Vielleicht sollte ich mal eine andere Figur versuchen Game vs. Beiling, das kann interessieren Kannst nicht, Bader gewinnt volle Kanne Warum habt ihr beide eigentlich dieselbe Figur? Ja, Forst hat der mal den Klotz da genommen Ja, ich krieg halt kaum noch Geld Ich muss ein bisschen mehr Geld haben Forst ist der Bergtroll Wie schaltet man neue Figuren frei? Man muss sie mit dem Gold, das du pro Match bekommst, freischalten Wo steht das, wie viel die Kosten? Wenn du in die Molhalla und das grüne Ding rechts oben gehst Diese Tasche Da musst du einfach auf die Legenden gehen oder Legends Und dann kann ich gucken Ich glaub zwischen irgendwas mit 1000 oder 2300 bis 7200 kosten sie Der da Wir fehlen nur noch 11 Gold, dann kann ich mir 9 leisten Und Legends Wie viel Gold habe ich, wo sieht man das? Rechts oben, wenn du aus dem Shop rausgehst 522, hahaha, das könnte lange dauern Wenn du gewinnst, kriegst du mehr Gold Ja, dann muss ich aber jetzt noch Dann muss ich erstmal viel gewinnen Das ist echt zu viel Ich schicke ich da nicht mehr Gold, wenn du gewinnst Du forst ja noch gar kein Geld Hallo, ich hab viel Geld gesammelt, du Arsch Das ist eine Frau Und übrigens hab ich dir auch eben in ein paar Sessions eben den hinterher versucht Doch Doch Da habe ich nichts vorgemerkt Ein Bomber hat es dir gezeigt Die ist der Außersehen hingefallen Nein So, warum haben die da noch? Es steht immer so mit so einem Symbol dran, wenn du über den drüber gehst Ja, Axt Axt und Schwer Kann ich mir auch einfach den Namen sagen Dann kann ich dir auch sagen Ulgrim Ulgrim Das ist der alte Sack da Der hat eine Lanze Und dann noch Eine Axt Was war die andere Waffe? Ich glaube eine Axt Ja, aber das oberste ist Angriffskraft Dann Das darunter ist glaube ich Angriffsgeschwindig Wie geschwindig Ja, das ist darunter wie viel du aussenst Das ist darunter wie schnell du rennst Läuft die auch immer Ich glaube ich versuche den Nackenknack einmal Wie nein Warte mal, den hattest du auch letztens, oder Chris? Hm? Wie nein, hattest du auch letztens, ne? Äh, nee, nicht ich, das war Tobi Achso Ja, ich besitze die auch nicht Ich persönlich finde sie blöd Ich finde sie netzendlich gut Die arbeitet viel zu viel mit Specials Die zu leicht geblockt werden kann Mag mal ein Team, die gelben gegen die blauen Ja, dann hat er seinen Spaß Dann fliegt sie auch noch mehr um Wir können aber echt mal Teams machen, wenn ihr wollt Das geht bei dem Spiel Na du Olle Willst du mal meinen Speer spüren? Nein Den kleinen Dolch Au Piss dich Ja, lol Wahrscheinlich brauchen jetzt beide Millionen, die getroffen wurden, ne? Immer so Oh Da hat so ein Verräter eine Erks auf mich geworfen Na warte Was? Wer macht so'n Scheiß? Ja, wer bloß Schon unfair Nein Nein Irgendeiner ist tot Ja, voraus Ich hab ihn grad aus der Map katapultiert Ja Hau ab, du Frau Sonst gibt's ordentlich Speer Dann spürst du wenigstens mal was Meins Axt Du willst ne Axt-Battle, was kannst du haben? Man sollte auch zielen Ja, man sollte auch zielen Was solltest du ihm sagen? Ja, man sollte auch zielen Hab ich gerade Musst du mal wieder deine Ohren putzen Hau ab, ich hab mich gerade getroffen, bitte Nun da kommt er, Wule Hau ab Verpiss dich von meinem Ort Jetzt wird gepferzt Von Heddy mal wieder gepferzt Ja, nicht schwächen Und er staubt ab Ist klar Dabel fair Du Abstauber, du Dreckiger Alter Werft Ja, ich Jorge Jetzt hau deine Feige ab, du Forst Wer sagt dir, dass ich Feige abhaue Du bist Feige abgehauen Ciao Ey, du Ja, er staubt mal wieder ab Alter, hör auf, sie jetzt so werfen, du Nervensäge Und wie denn Kann man die Schläge auf irgendwie aufladen? Äh, der kann es nicht, wenn du sie gedrückt hältst Ja, aber das geht nicht in der Luft Nur bei Special Attacks, nicht normalen Achso Ah Das sieht seltsam aus Nee, nee Ja, helft mir mal hier, ey Nicht der Hilfe Ja, shit, weil es rausgefallen hat, ey Rumfickern, ey Oder wer ist Bardock? Ist doch hier mit der Sense wieder, aber Ja Du bist ein nervige Girlie-Girl, ey Ja, nein, 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 du nicht Weißt du, ne? Sag ich Hau Feige ab Aber du bist nicht besser mit deinem Achso, ich dachte, es wäre Bardock Ja, gut Nein, das war ich Ja, gut Ja, gehen wir mal hier Ich habe mir schon gedacht, warum der auf einmal so schlecht steht Nee, die würde sowas niemals tun Ach ja Kampfer Ja Komm her, Hedy Ja, du würdest lieber Feige abhauen Ja Huch Oh, schade Meinst du, ich sehe die Mine nicht, oder was? WTF, ey Das ist ja scheiß Nippel, ey Die Nippel schon wieder Ja, ey, ich komme gerade hier drauf und er boxt mich, ey, weißt du Könntest du dich mal verpissen? Die Gewerfe Hallo, was ist denn gegen mein Gewerfe, oder was? Ja, das sieht gleich nicht an So Hau ab, oder es gibt Ohren nicht Ist schon ein bisschen unfair So, jetzt reicht's mir wohl, jetzt reicht's mir mit dir Und jetzt geht er nur auf mich los Zeig das Trickstück Wer? Ja, Forrest, der geht die ganze Zeit nur auf mich Ja, echt? Ja, echt? Ja, echt? Du kommst hier denn jetzt, ey Ich hab's in die Luft geworfen Du bist Fuck Schön, du willst das nicht anders Nein Diese scheiß Miene hat genau mich getroffen Ja, das weiss ich Haust du mal ab von mir, jetzt reicht's mit dir Die ganze Zeit nur auf mich gehen, weißt du Nein, ich wollte ausweichen Ich hab's zu schmied gesehen Junge, eben Fiat-ee 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 Kette Ah 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 Was ist das da? Ich komm nicht hoch Au Was ist denn das? Das ist doch einfach, wenn man sich in einen Kampf einmischt, Forrest Lass mich zu meiner Waffe Ich hab schon meine Waffe, du Ja Dominating Ich hab' Dominating Noch Dominating Ich dominier' dich auch gleich weg Ich möchte doch nicht von einem alten Mann dominiert werden Warum nicht? Man kennt glatt, mein Forst läuft immer in meine Attackenabsicht nicht rein. Ich muss noch jemand anderes treffen und dann geht es nicht rein. Das war von mir, geil. Wow, weggefixt. Fuck! Alter, ich hab nur noch ein Leben wieder? Nein! Au! Nein, meine Kugel! Guck ihn dir an, wie er feige abhaut! Hau doch gar nicht ab! Der da! Der Bardock da! Weißt du, jetzt auf einmal hat er die Eier und traut sich. Ja, weil ich jetzt ne Waffe hab. So. Ich bin überloch. Weg da! Nein! Lass das fallen! What the fuck? Alter, wie viele Schaden, da kommen wir nicht schon so anfangen rum zu fliegen. Das ist ein feiges Stück. Meine Waffe ist weg. Nein! Was denn? Jetzt beschützt er die Waffenteile da. Ich bin nicht mehr tot. Was ist los? Nix, er traut sich nicht. Er hat Angst, dass ich ne Waffe bekomme. Ne, ich will einfach nur, dass du keine kriegst. Das ist viel witziger. Das war knapp. Ja, hab ich gar nicht mehr gesehen. Ja, hab ich gar nicht mehr gesehen. Ja, hab ich gar nicht mehr gesehen. Ich bin voll weggeflogen. Ach, dieser scheiß Dreieck da, ey. Das war ja ganz nicht voll. Okay, ich bin ein Arsch. Hey, die hör auf, dich die ganze aus dem Kampf rauszuhalten und da Sachen zu werfen. Was denn? Der hat mir ne Waffe geklaut! Oder in dem Fall jetzt ne Frau, weil der ne Frau hat. Schimpf ihm, Mann, alleine, er! Nein! Huch! Endlich. So, so macht man das. Wie so Babystiche, wie du's machst. Angeber, ey. Dein Zahnstocher. Der Zahnstocher hat dich schon oft rausgeworfen. Ja. Sind ja auch schon Menschen an Zahnstoffern gestorben. Wie wär's mit einem Bündnis, hä? Waffenstillstand. Lasst uns die Sache doch diplomatisch klären. Wer mit wem, was? Ich bin mir auch grad nicht sicher, wenn er meint. Ein feiges Stück? Ich bin blöd. Geh noch in. Ah! 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 Nein! Da hat man sein Leben verloren. Du bist schon lange tot. Ich bin zu langsam. So Geräusche darf ich der Opa machen, weil das passt besser zu mir. Super! Geil, ich hab voll verfehlt. Warum konnte ich jetzt nicht angreifen? Komm, gibt's ne Waffe für mich? Ja, das da. Was macht das überhaupt? Oh! Lass mich in Ruhe! Meins! Schade! Warte! Nein! Komm, spielen wir Tennis! Nein! Warum hast du mich verhindert? Ich hab dich nicht so gut haben können! Ciao! Ciao! Dominating! 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 Ich mein länger, die bleibt mir still vor! Wow, die Aufnahme geht voll! Geht 51 Minuten! Gut, aber jetzt ist nach dem Match auch Schluss. Fuck! Das ist schon ein Volltreffer! Boah! Oh shit! Jaaaa! Wo ist eigentlich das? Boah, das hat der mitgespielt heute! Ja, das ganze 800 Schaden gemacht! Wow! Na warte! Ich merk grad, der Wulf hat überhaupt keine Kills! Der hat nur zwei! Da fliegt doch mal selber rum! Aber ich hab mehr Schaden gemacht als Haydee! Das stimmt! Ja, ich schmeiß der auf, so ein Bescheid! Und da fässt der Schaden echt extrem hoch! Von einem hat acht Kills da mitgemacht! Komm, nochmal! Jetzt muss der Force mal killen! Der Force streng dich mal an! Ich nehm den alten nochmal, so schlecht war der gar nicht! Ja, sollen wir Teams machen, oder was? Ja, mach mal Teams! Dann machen! Wer mit wem? Zufällig! Ich mach jetzt einfach an und diejenigen, die zusammen sind, sind zusammen fertig! Wie geht denn das überhaupt? Oder wollt ihr irgendwelche speziellen Teams? Wie geht denn das überhaupt mit den Teams? Ja, einfach zwei! 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 Die werden dann farblich gekennzeichnet, zum Beispiel rot gegen blau, und dann können die in Team sich keinen Schaden zufügen! Es sei denn, ich mach den Teamschaden an! Oha! Ich glaub, Teamschaden wäre keine gute Idee! Ja, dann klopfen, dann ist es eigentlich genauso, wie wenn alle gegeneinander spielen! Ja, vor Ort! Was? Moment! So, jetzt mach ich kurz Zufall! Das Spiel war eben grad ein bisschen buggy! Dann werden die Teams ausgesucht! Ja, so kann's bleiben! So ist besser! Ach dämlich, ich bin da jetzt! Was ist jetzt los? Hey! Oh! Muss ich die jetzt auch nehmen! Also! Wulf und ich gegen Heddy und Ach! Du Scheiße! Jo, Gesal, du war ganz schön! Ich spiele es Level 24, seh ich grad! Ja, ich spiele die sehr oft! Mal sehen, wie gut ich mit der zurechtkomme! Wo bin ich? Links! Du kannst mir übrigens keinen Schaden machen! Ja! Ich brauch ne Waffe! Ah! Du mit deinem... Zahnstocher da! Au! Ich werd von... ...der Seite gekwärzt! Hm! Ich seien Mösenfürze! Ero bin ich! So! Ich hab mich nicht mehr! Acht darauf! Nein! Nein! Noch ledig! Nein! Ich hab ihn verloren! Scheiße! Hast du ab? Fuck! Nein! Nein! Ich weh mich! Tschüss! Ich bin in meinem total spät gestorben! Ist dir mein Kumpel in Ruhe? Du mit deinem... Hammer da! Du Möse! Du Möse! Hä? Wo bin ich denn? Hä? Au! Ich bin voll in die Axt gerannt! Au! Ich hab zwei Lanzen, das ist so dumm! Siehst du mich? Ich find's halt lustig, weißt du, wir nehmen beide so Lanzen! Eigentlich jetzt zwei! Ja, aber du bist ja nicht in unserem Team, darum geht's ja! Nein! Nein! Bin wir da! Dann bin ich wieder! Au! Achso, mich hat's gar nicht getroffen! Du hast dich für mich geopfert, danke! Immer gern! Nee, nee, nee! Esst dich! Esst dich! So, weggefetzt! Ich stürz mich ins Getümmel! Domenade! Domenade! Doppel knock-out! Was ist das? Doppel knock-out! Nein! Du bist kapistisch! Meinst du mich? Wow! Nein! Das war dumm! Hey, du bist die ganze Zeit aufgerecht, du Wichser, ne? Du bist meine böse Schwester! Du bist meine böse Schwester! Du hast mir meine Waffe geklaut! Wer? Diese... Neptunia da! Eifer die Menschen! So! Ja! Alter! Gashi, nicht beschweren! Du spielst die gleiche wie ich! Na geil! Ich stütze mich ins Getümmel! Ich bin der Einzige, der da auf die Fresse kriegt! Ich bin der ein Zeug! Ich bin der ein Zeug! Ich bin der ein Zeug! Was machst du, Forst? Was? Fällt! Aus! Au! Oh ja, übrigens, Bomben können trotzdem auch das Team betreffen, von dem Schaden her gesehen. So! Aha! Oah! Scarlet erfordert sehr viel Übung, weil die ist nicht leicht! Da hat mich Hedy gepferzt! Von allem die Lanze, weil die gehört zur schwersten Waffe im Spiel! Das hast du nicht vergessen! Ahaha! Arschloch! Ja, läuft! Das war nett! Da hab ich Hedy ordentlich gepferzt! Alter! Ciao! Als ob... Ich lebe auf dem Felder! Nicht mehr lang! Oh! Au! Scheiße! Komm her! Komm her! So! Dann muss ich dich immer ausrotten, wenn's Bardock niszt! Jaaaaaaaa! Alter... Auf ihn! Seid keine Gnade! Dein Dringling! Ich könnte mich auftöten lassen, damit es Gleichstand reicht. So, ich herrsche alle beide! Du bist gestorben, nicht ich! Auf! So, weg mit dir! Was, der lebt noch? Hey, die Tooper! Ja! So! Ich bin sowieso schlecht im Nahkampf! Was ist das? Dass du gut bist! Dass du gut bist! Ja, sag's ehrlich! Ich stehe hier wieder, ey! Ja, ich kann da nichts führen! Ich hab die ganze Zeit immer penetriert, die Arsch rein! Komm her! Oh, ich kann doch nicht irgendwas machen, ey! Ich werd immer getroffen! Das ist halt das Problem bei der 2 gegen 1! Ja, auch sonst immer! Bin ich voll schlecht im Nahkampf! Komm her! Ja! Ja! So, jetzt halte ich ihn mal hin, damit er einstecken muss! Boah! Alter, ey! So, dann machen wir mal Teamwechsel! Ja! Ich und Heddy und dann ich und Force! Ist doch mir egal, wie lange die Aufnahme jetzt geht! Ey, die dauert schon über eine Stunde! Wie schnell nicht die Zeit vergeht, wenn man das sagt! Hey, was ist jetzt los? Hey! Was ist hier schön? Der ist noch einer weg! Blödes Kack-Game! Ah, für mich... Ey, bei mir schmackt grad das gesamte Spiel herum! Schon wieder? für mich ist es ist denke ich auch jetzt die letzte runde soll jetzt noch mal sofort wieder ins bettchen oder was vorstelle auch mal langsam kann aus dem war ich heute den ganzen tag unterwegs ich habe ich habe ich habe ich noch mal eingeladen ich komme bei euch nicht mehr rein wie geht man zurück einfach meine einladung annehmen dann kommt ihr wieder rein ich bin auch ich habe geklost warum nein ich will kann nicht wie bricht man das ist schon drin oder wie ja ich kann das auch mit maus steuern die geht einfach zurück keine ahnung ich will nicht mal start ich will aber nicht das kipp macht die menschen macht einfach start wie match kommt ihr rein einfach da wo ich dich jetzt wieder eingeladen habe ja kommst du ich muss mich nur daran erinnern dass ich den mauszeuger dann das könnte jetzt interessant werden jetzt braucht uns ein spruch nein gehe ich da zurück jetzt ist meine map genommen worden weil ich nicht wusste mir zurück geht ich sehe sie nicht das war eine andere remilia die einen nenne ich jetzt remilia und die anderen nenne ich für andere dieses feige homofürstchen und dann auch noch penetriert ehrlich ach so ich dachte ich sterbe jetzt ich meine da warte hast du mich getroffen natürlich habe ich dich getroffen ups ich habe dir die waffe geklaut du feiges frauenzimmer ich bin voll in die mina gerannt ich bin voll in die mina gerannt naja feigen mädchen immer auf die alten säcke du musst schon mal aufpassen wenn du durch die plattform solche attacke machst du da nicht mehr springen kannst ja ich wo bin ich da ach 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 jetzt bin ich aber wohl ich gerade hier ja aber nur weil bardock die vorarbeit leistet und du den restlichen prozent da machst das hat doch mit bardock jetzt in der hinsicht nichts zu tun ja doch nein wow tschüss nix da so ja doch tschüss ja bardock hat es mir jetzt gegeben ne das war ich ne das war er das war ich ich bin die dunklere ich sehe beide gleich aus ja ich weiß da gibt es einen nigger unterschied lass mich in ruhe da erkennst du mich nur daran dass ich eine andere schwer habe als er dann würde ich ans du mit dem mit diesen komisch weißlichen schwer er hat diesen weißlichen schwer mhm nein ich hab dich gerade damit geblockt ja du hast mich getötet weil ich dich angegriffen hab also das sind schon glaube ich drei incidents accidents ach so du kannst mich durch die plattform hauen mhm das wusste ich nicht das sind durchlässige plattformen damit also da wo du auch durch kannst wenn du hoch gehst da kannst du immer Leute runterhauen und auch Sachen durchwerfen gut dass ich das jetzt erst weiß du hast es vorhin die ganze zeit angewendet deswegen dachte ich du weißt das das war Zufall ja Rache ey vor sie haben einfach doppelt so überleben wie die beiden oh je JOL 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 also wer von euch hat jetzt welche Rakete ich hab die weiße ah das heißt du bist grad dieser Saftsack da genau wow ciao JOL 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 ich glaube ich klaue Hattie immer die Waffen dann kommt es bloß dass du immer auf mich gehst nein das war so dumm Einmal Hettys ausweichen mich abfuckt, das ist so übel schwer zu treffen. Er ist so, guck ich treffe einfach dich, ich treffe dich mindestens 80% der Zeit nicht, das geht mir so oft mehr. Deswegen gebe ich lieber den Wolf, der ist leichter zu treffen. Ich renne voll rein, ja weil ich rein renne. Geil. Nein! Wulz! Oh. Nein! Er verlässt immer mir. Nein! Jetzt hab ich geschaut wie Exidenz er hat. Drei. Er ist einfach dreimal nur runtergefallen. Ja. Ich? Ich? Ja, ich hatte noch sechs und nur noch fünf Leben, holy shit. Alter! Ich hatte noch vier Leben. Hä, echt? Vier? Ja, weil ich mich einmal versehentlich hätte. Ach, du bist einmal runtergegangen. Ja, stimmt. Ja, versehentlich. Aber es war trotzdem witzig und gerade die ganze Zeit dominiert, dominiert, dominiert. So. Oh boy, bitch. Junge, nicht in meinem Video. Das gucken Kinder. Vielleicht. Vielleicht. Weiß ich nicht. Das kommen Kinder. Vielleicht. Keine Ahnung. Moment, jetzt müsste ich noch mit Bardo. Okay, Hedy könnte noch interessant... Hedy könnte noch interessant... Hedy könnte noch interessant bin, aber gegen Chris habe ich definitiv keine Chance. Ich müsste jetzt noch mit Bardo zusammen... halten, oder? Nee, habt ihr doch schon. Ach so, nur wir beiden. Ja gut, dann... Kann ich mich gleich ins Verderben stürzen. Danke! Ich mach's den Gegner nur noch einfacher. Ist jetzt reiz. Der arme Force, ey. Was machen die auch immer in Worms mit mir? Das finde ich auch nicht so schön. Was mach ich? Was? Das da ist die ganze Plattform? Ich bämse alles. Das könnte... doof werden. So. Hau ab von mir! Wie kann ich noch was tun? Ah! Irgendwie konnte ich grad nix mehr drücken. Warum auch immer. Der hat da. Alter, ich erkenne fast hier gar nix mehr, ey. Wow! Ich kann mich retten, ich bin nicht so ein leichtes Opfer wie Force. Ey, der Schei ist echt nicht mehr cool. Au! Nein! Ich leb noch! Oh, ich werd voll weggefetzt. Oh ja, jetzt bin ich tot. Dominator! Schön, dass ich auftauch kann und schon leider. Ja, Mann! Ich glaub ich bleib einfach hier am Rand. Verdammt! Du kriegst mich niemals lebend! Du kriegst mich niemals lebend! Wie einfach alles fliegt. Nein! Was? Was? Lass mich doch mal meine Waffe holen! Ich bin alter Mann! Und Heddy schießt die ganze Zeit mit seinen Dax-Sperren. Wow! So! Habe ich euch gegeben! Nein! Aufpassen, Heddy. Okay, gut. Hatte ihn gewischt. Nein! Das! War! Geil! Nein! Ah! Nein! Hätte ja was werden kann! Nein! 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 Hör auf mich zu treten! Nein! Weg da! Achso, ich habe auf den Fallschinn geguckt. Oh! Nein! Geh nicht zu mir, dass ich einstecken muss. Das ist voll scheiße. Oh leu. Wolf, du hast mir gerade den Arsch gerettet. Das wäre eh gewesen, weil ich sonst nämlich Frost definitiv getroffen hätte. Hey, die schießt die ganze Zeit nur seine Scheiße durch die Gegend, so. Ernsthaft, da sprügt die dich für die blöde Kuh. Nein! Nein! Nein, verdammt! Irgendjemand ist in den Anruf dazugekommen. Achso, ich habe... Nein! Oh, danke, Wolf! Ey, Wolf, nein! Ich habe vergessen... Ich wollte gerade sagen, er hat mir die ganze Zeit das Leben. Ich habe vergessen zu schreiben, dass wir gerade in der Aufnahme sind. Joa, was? So, brauchen wir gleich noch damit. Ihr wisst es! Spielt ihr immer noch... Boah, Halla, ja? Ja, diesmal mache ich mit. Du hast meine Waffe geklaut. Ey! Hey, Wolf! Nicht abzustechen! Nein! Mir ist doch wohl jetzt ein leichtes Hopper, mhm. Nein! Nein! Oh! Oh, verdammt! Nein! Hallo, Hedy! Hm? Lass mich in Ruhe! Neu! Uff! Ups, Alter! Nein! Nein, 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 nein! Nein! Alter! Komm, Hedy, wir holen uns den Sieg! War auch nichts anderes zu erwarten. Ah! Alter! Haha! Nein! Verpiss dich! Ah! Ich bin tot! Oh, fuck! Das war geil! Hä? Wieso war ich denn schon verwundbar? Au! Was ist los? Ich hab mich nur 5 geschlagen. Alter, das war... Jetzt willst du nur noch Stiebel mitmachen, ey! Das ist immer zu 5, heilige Scheiße, das wärs. Ich glaub, dann ist hier aber der Rambazamba. Das wollte ich mir sagen, dann können wir halt keine Teams mehr machen, weil 3 gegen 2 ist ein bisschen unfair. Das stimmt. Ich glaub... Habt ihr jetzt noch Lust, oder wie? Ja, ja, ich spiel noch. Ich spiel das Spiel schon seit 5 Stunden oder so, holy shit. Weil, das wird nämlich gerade alles aufgenommen. Das wird eine dicke, fette Mega-Aufnahme. Ich fiel grad auf, 17.30 Uhr hab ich ungefähr angefangen. Das sind fast 6 Stunden jetzt. Was? Ja, was ist mit Stiebel? Ja, stimmt, wir hatten ja mit Stiebel ja angefangen, ne? Hat Stiebel das Spiel? Guck mal, Stiebel war jetzt extrem lang weg und ist jetzt nochmal wiedergekommen und das Spiel davon noch. Ja. Hi, Digga. Stiebel, brauchst du mit? Ach, ich hab nur, äh... Ich hab nur gerade einen Kommentar unter Seracs Video noch mal geschrieben. Okay. Ja, jetzt weiter fortwiegen, ne? Fortwiegen, äh... Ja, ich steh ganz unten, weil ich ihm antworte, während er sich mit Sierra zu teilen wäre oder so. Keine Ahnung. Och, hab ich mir geschrieben, ne? Wenn er unbedingt seine Liebe beweisen will, soll er doch eine PN schreiben. Meinst du wieder dieser Spastrikuster? Ja. Ja, auch nicht. Welches Video? Äh, Idiot. Äh... Ja. Was? Idiot trinkt Stroh 80, so heißt das, glaub ich. Das muss ich echt auch mal sehen, was der da unten geschrieben hat, weil alle sagen, das sei so witzig. Haha, der Typ ist einfach so... Ja. Lächerlich. Hm. Äh... Äh... Naja, ich... Naja, vor 5 Minuten hat er geschrieben oder so. Äh... Oh, ich hab... Genau, ich wollte jetzt Steam-Grawl-Hala öffnen. Genau. Hab ich vergessen. Ja, gut. Okay, ich hab jetzt ein Abonnent von nichts bekommen. Oh, nicht schlecht. Hä? Geil. Ah... YouTube-Spinnt. YouTube-Spinnt generell zeigt mir 266 Abos an. Also, als ob so viele Leute meinen Kanal gucken würden. Haha. So, warte. Da ist er. Ja... Dann tue ich schon mal auf das Video drauf gehen, das schaue ich mir dann nachher mal an. So, das Spiel ist geschafft. Ich muss noch warten, dass er hier fertig wird. Fett... Friendlist. Irgendwie sehe ich da niemanden. Was soll das? Ach so... Hä? Müssen wir abbrechen, oder was? Nein, nein, nein. Ich muss bloß kurz gleich in die Einstellungen und einfach die Spielerzahl erhöhen. Äh... Ich geh gleich nochmal rein. Ich muss kurz nochmal suchen, wo das... Was soll denn das? Ich komme aus. Ich komme aus. Das ist... Ich komme aus. Das ist ein Bug. Einfach nur kurz. Ich komme aus gleich wieder. Opa. Oh, Mann. Tut mir das Kreuz grad weh. 82 Pro Video hat echt ganz viele Aufrufe. WTF. So, wie hieß die? Cool, ich kann ja Replays ablaufen lassen von den ganzen Kämpfen. Ist ja geil. Ähm, wie hieß der Kerl? Ist das dieser Amaha SICK? Genau. Okay. Wie kann man denn von Kämpfen die Replays anzeigen, das... Replays? Unter, äh, Account und dann Match Replays. Also dieses Logo von links. Im Hauptmeni bist. Da ist da so ganz kleinere Logos, ne? Da mit einer Glocke und so. Ach da, ja. So, jetzt müsstest du rein können. So, jetzt müsstest du rein können. Da kannst du inventory und Match Replays. Ja, kann ich. Steebel, du kannst jetzt rein. Wenn ich ne Freundes... Also einfach... Ja, einfach kurz warten bringen, ne Freundesliste. Ja, das dauert ein bisschen wahrscheinlich. Ich kann's halt nur nicht jetzt sehen, weil, ähm... Ich nicht im Hauptmenü bin. Leute, ich hab die in pink. Weißt du, was ich spiele die jetzt so? So, wir machen jetzt alle vier gegen den Force im Team, oder was? Nix da. Ich hab gehört. Okay. Na, Spaß. Ich hab nach einer Idee. Das wäre unfair. Das ist ein ganz klein wenig unfair. Jetzt fliegen gleich erstmal wieder Brötchen. Mhm. Deine zuerst, Hedy. Bitte? Du wirst der Erste sein, der gepferzt wird. Da rollt der Wolf um, oder was? Ich schau das Spiel nochmal neu. Bin ich wieder. Fiat... 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 Erfettigen. Fiat euch! Fiat... 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 Ich find das immer noch so geil, ey. Alter Level 25, ey. Das muss ich jetzt noch alles aufholen. Was musst du aufholen? Mobile 25. Ja. Ja. Warte mal. Ich will mitspielen, verfluchte Scheiße. Ich glaube, ich mach mal einen kurzen Schnitt. Das war zumindest der erste Teil von Valhalla. Ich werd's nicht zusammenschneiden, ich werd's gleich so hochladen, weil dafür bin ich zu faul. Du gute Valhalla hier. Außerdem muss ich noch mehr hochladen und das hier nimmt dann nur ein Video ein. Und nur ein Mal. Also, platzsparend. Ich hoffe es hat euch trotzdem gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Fiat euch! Fiat... Fiat euch! Fiat euch! Lass doch ihr eigener Entspruch reinfallen.